Jetzt kommt, C ist die Quint von F. F ist die Quint von Hb7, Hb5 meine ich, E7, I ist die Quint von A, H ist die Quint von D. An der Stelle könnte man C machen, aber wir machen hier eh gut und dann wieder A. Okay, man kann es dann ein bisschen verweilen spielen, mehr Fülle. Okay, man kann es dann ein bisschen verweilen. Okay, man kann es dann ein bisschen verweilen. Das war's für heute.